Herzlich willkommen bei der Bank für Kirche und Diakonie. Mein Name ist Franziska Zander, ich bin Direktorin für den Bereich Personal- und Unternehmensservice. Die KD Bank ist eine Genossenschaftsbank mit christlichen Wurzeln. Mit rund 250 Mitarbeitenden zeichnen wir uns verantwortlich für eine Bilanzsumme von über 7 Milliarden Euro. Unsere Eigentümer und Kunden sind die Kirchen und Diakonie. Selbstverständlich haben wir auch Privatkunden, die christliche Werte mit uns teilen. Hallo, ich bin Daniel Lang und befinde mich im zweiten Ausbildungsjahr bei der KD Bank. Ich arbeite gerne hier, weil ich mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt habe, meine Leistung wertgeschätzt wird und ich mich hier persönlich und fachlich weiterentwickeln kann. Es reizt mich dabei sehr, dass der Beruf als Bankkaufmann sowohl mathematisch-logische Anforderungen mit sich bringt, als auch den Menschen im Fokus hat und dabei viel Feingefühl und Vertrauenswürdigkeit erfordert. Wir sind Partner in allen Finanzfragen, von nachhaltigen Geldanlagen, komplexen Finanzierungen bis hin zu professionellen Zahlungsverkehr. Zudem legen wir unter ethisch nachhaltigen Bedingungen am Kapitalmarkt an. Hallo, ich bin Johannes Dietrich. Ich habe dieses Jahr erfolgreich meine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen und aktuell arbeite ich in der Marktfolge für unsere institutionellen Kunden. Das Verhältnis unter uns Kollegen ist hervorragend. Ob Auszubildender oder Abteilungsdirektor, hier wird jeder mit Respekt behandelt. Viele Kollegen unternehmen auch nach der Arbeit noch etwas zusammen. Zum Beispiel bietet unsere Street-Sport-Gemeinschaft viele Möglichkeiten, sich nach der Arbeit zusammen auszupowern. Wir finanzieren die kirchliche und diakonische Arbeit in Deutschland. Unser Hauptsitz ist in Dortmund und wir haben eine Niederlassung in Dresden und in Berlin. Ich bin Luisa Elspass. Ich mache meine Ausbildung seit letztem Jahr bei der Bank für Kirche und Diakonie und ich bin zurzeit in der Abteilung unserer institutionellen Kunden eingesetzt und berate da in erster Linie unsere kirchlichen Kunden. Mir gefällt besonders gut, dass die KD-Bank nachhaltige christliche und genossenschaftliche Werte vertritt. Das sorgt innerhalb der Bank für eine wertschätzende Atmosphäre und gibt mir eine gute Antwort auf das Warum bei meiner Arbeit. Von meinem Arbeitsplatz gefällt mir besonders gut, dass ich in der Bank die Möglichkeit bekomme, jede Abteilung mitzubekommen. Von der IT bis zur Kundenberatung über das Kreditgeschäft. Die KD-Bank ist seit einigen Jahren Vorreiter in Sachen nachhaltige und ethische Geldanlagen. Vor allem in der heutigen Zeit ist es wichtig zu wissen, was meine Bank eigentlich in meinem Geld macht. Ich habe mich für die Ausbildung bei der KD-Bank entschieden, weil ich mich hier mit den sozialen Werten der Bank identifizieren kann. Mir werden nach der Ausbildung zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten geboten und ich werde hier als Mensch wertgeschätzt. Wenn Sie interessiert sind an spannenden Aufgaben, tollen Menschen und einer Tätigkeit mit Sinn, dann bewerben Sie sich bei uns.